Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wenn ihr dieses Video seht, ist Sonntag. Und Sonntag ist der Tag der Ruhe, des Friedens, des Entspannens. Manche gehen in die Kirche, ich tue das nicht. Manche gehen zum Zocken, das ist eher das, was ich mache. Und man redet über Dinge auf der Welt. Heutiges Video, wir sind ja knapp dreieinhalb Wochen vorm Release von Ich mach so, das ist vielleicht ein bisschen tuckenhaft, aber ich stehe zu meiner homosexuellen Seite. Äh, manche wissen es ja, in dreieinhalb Wochen ist der Release von Black Ops 6 und wie jedes Jahr zum Thema Call of Duty und Warzone haben wir leider immer wieder dieselben Thematiken. Und jetzt wollte ich gerne einmal über etwas sprechen, was seit Jahren ein Riesenthema nicht nur bei Warzone ist. Als aktiver Tarkov-Spieler kann ich euch sagen, glaubt mir Leute, was Cheater angeht, haben wir auch in Escape from Tarkov mehr als genug Scheiße um die Ohren. Und ich höre immer wieder ein Argument in den YouTube-Kommentaren und auch im Twitch-Livestream und überall. Und es gibt immer wieder Leute, die sagen, es wird nicht aktiv und genug getan gegen Cheater, denn Activision und die anderen Game-Hersteller verdienen daran Geld an Cheatern. Und dieses Argument, so dumm das auch klingt, wollte ich gerne einmal aufgreifen heute. Das ist natürlich, sagen wir mal so, ein sehr kurz gedachtes Argument, denn gerade in Warzone ist es ja nun mal so, dass Warzone umsonst ist. Jeder kann Warzone spielen. Wie genau verdient ein Unternehmen wie Activision Geld daran, wenn sie Leute mit Absicht nicht bannen in Warzone? Also, versteht ihr? Es ist umsonst. Also, ob der Cheater das spielt oder nicht, sie haben nichts davon. Der einzige negative Aspekt, wenn sie Cheater mit Absicht nicht bannen in Warzone, ist, dass Legit-Spieler, so wie die meisten von euch und auch ich, auch wenn es immer wieder Leute gibt, die mir im Stream Beleidigungen ranwerfen und sagen, guck, ich sehe den Chronos, I mean, it's USB-Kabel, it's USB-Kabel an meinem PC, wo in der Regel meine Vape dran ist und wenn die nicht dran ist, ein Controller oder so. Aber okay, okay, ich cheate, ist in Ordnung. Warum sollten sie Leute nicht mit Absicht bannen, wenn Leute wie ich und ihr davon betroffen sind? Denn die Tatsache ist doch, die Leute, die für Skins Geld ausgeben, sind nicht Cheater in Warzone zum Beispiel und wir reden gleich noch über andere Games, aber ich zeige euch noch einen Clip von TikTok, sondern die Leute, die Geld ausgeben, sind die normalen Spieler und wenn die normalen Spieler von Cheatern abgefuckt werden, ist was das Ergebnis? Richtig, sie quitten das Game, fangen ein anderes Game an und sagen, ich bin frustriert, ich habe keine Lust mehr. Das Argument also zu sagen, beim Game wie Warzone, die Entwickler oder eher der Publisher, nämlich Activision, bannt die Cheater mit Absicht nicht, hat überhaupt gar kein Pro-Argument, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Jetzt muss man aber die Frage stellen, und das ist, glaube ich, die viel wichtigere und auch die, die zählt, nicht bannen sie die Leute mit Absicht nicht, sondern sind die, die dieses Anti-Cheat, was ja Ricochet ist, das heißt ja Team-Anti oder Team-Ricochet, sind die geistig eingeschränkt? Und da, ich habe wirklich nichts anderes getan, als Call-of-Duty-Cheat eingegeben und ich zeige euch das allererste, was euch bei TikTok gezeigt wird. Ja, TikTok ist eine absolute Schmutzplattform und auf TikTok sind zu 99% Schmutz, Leute. Das ist leider Tatsache. Aber wie kann es sein, dass so etwas live auf TikTok gestreamt wird, mit Namen und sonst was, und das über Monate so geht, muss man ehrlicherweise fragen. Lasst uns mal reingucken. Man sieht übrigens, wie schlecht der Typ ist, weil Aim-Block funktioniert halt bei gedauerten Spielern nicht. Und bei ihm hat man gesehen, dass er den töten wollte, der auf den Boden lag. Und er hat es halt nicht hingekriegt, weil er halt scheiße ist. Man sieht das gleich nochmal sehr gut. Da, guck mal. Der hier liegt und der Aim-Block bei den Cheats von Ricochet, von Ricochet sei es schon, von den ganzen Cheat-Herstellern funktioniert halt nur bei stehenden Spielern. Das ist irgendwie schon Ewigkeiten so. Jetzt passt mal auf. Er will den treffen, aber er schießt in den Boden, weil er hier manuell aimen muss. Also so schlecht sind die Cheater. Jetzt könnte man denken, ja okay, das ist ja eins, aber... Was ist das? Was ist das? Warum? Warum geht das? Und warum wird sowas nicht gebannt? Ich meine, das sind doch Sachen, wo ein Anti-Cheat innerhalb von Sekunden greifen müsste und realisieren müsste, da ist irgendwas nicht legit. Das geht so nicht. Und dann habe ich mir gedacht, wer ist denn eigentlich der bekannteste Cheat-Hersteller, den wir hier alle in dieser Szene kennen? Und ich glaube, das ist Engine Owning. Und Ricochet, beziehungsweise Activision, hat ja vor ein paar Monaten Klage eingereicht in den USA gegen Ricochet. Ach Mann. Ja, Ricochet ist halt so schlecht, dass man auch sagen könnte, das ist das eigene Cheat-Programm. Gegen Engine Owning. Und Engine Owning ist ja aber in Deutschland beheimatet. Und gucken wir uns da doch mal etwas an. Das könnte interessant werden für euch. Das hier ist die Übersicht über North Data. Das ist etwas, was ihr alle über Google einfach rausfinden könnt. Da sind keine geheimen Daten drin, die jetzt irgendwie, das ist halt eine Firmenbekanntmachung, weil es eben eine GmbH ist. Und hier haben wir Engine Owning Software UG. Software Entwicklung. So, und hier sehen wir die Eigentumsverhältnisse. Wir sitzen in Fafferhofen an der Ilm. Das ist sehr südlich von Deutschland. Und hier sehen wir die ganzen Verhältnisse. Früher war es mal die Storp Holdings GmbH in München. Herr Leopold Storp aus München hat das Ganze dann übernommen. Die Strat GmbH gegründet. Mit dem Gesellschafter Valentin Rick da drin. Der wiederum hat hier, und hier ist die Geschäftsadresse dann auch, die Engine Owning Software UG gegründet. Was ehemals Frau Regine Michiko Rick als Gesellschafterin war. Schwester, Frau, ich weiß es nicht. Und über North Data bekommt man eben auch die Jahresabschlüsse und sonstige Sachen, die dann eben angeben, dafür muss man hier leider Premium-Mitglied sein, ich wollte dafür jetzt hier extra zahlen, wie viel Umsatz dieses Unternehmen eigentlich macht. Aber man kann noch rausfinden, wie viel Umsatz die machen. Und dafür guckt man sich einfach nur die Berichte an, die über dieses Klageverfahren von Activision gegen Engine Owning gegangen sind und guckt sich an, dass die gesamte Strategie von Engine Owning von Anfang an so war, dass man gesagt hat, ey, wir sind gar nicht so schlimm. Activision ist ein großer Player auf dem Markt. Ihr müsst euch vorstellen, Activision beschäftigt eigene Rechtsanwaltskanzleien. Kanzleien, die nur das gesamte Franchise, die gesamte COD-Reihe und alle Blizzard-Games und alles, was zu Activision gehört, verteidigen und haben gesagt, hier werden kleine Unternehmen wie wir angegriffen, das sei unfair, das darf nicht vor Gericht gehen. So, und zwei von Engine Owning sind dann aus dieser Verteidigungsstrategie rausgetreten und haben gesagt, okay, okay, lasst uns in Ruhe, wir zahlen unseren Teil und dann macht die Klage bitte ohne uns. Und Activision hat sich dann mit den oder die Gerichtsparteien außergerichtlich geeinigt auf eine Zahlung von einer beziehungsweise zwei Millionen Dollar über zwei Privatpersonen. Das heißt, private Personen in diesem Unternehmen sind bereit gewesen, drei Millionen Dollar Schadensersatz zu zahlen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass diese drei Millionen Dollar nicht mal annähernd das sind, was über Jahre Engine Owning mit Cheats und sonstigen an Geld verdient hat. Und wenn man jetzt mal auf die Seite geht, das hier wollen wir nicht und man geht auf Engine Owning. Die Seite ist von .to auf .su mittlerweile gewechselt, aber witzigerweise, es öffnet sich einfach nicht mehr. Warum öffnet sich das nicht mehr? Die gesamten URLs und Domains, die Engine Owning eigentlich besessen hat, sind im Zuge dieser Klage Activision zugesprochen worden. Aber, aber, es gibt immer noch Möglichkeiten, wie man darauf kommen kann, nämlich, indem man die direkten Links nimmt. so, und hier, guckt euch mal die Preise dafür an. 30 Tage Cheaten in Warzone kostet euch 20 Euro. Und, wir haben sehr, sehr oft, ja, diese Berichte von Activision, wie viele Cheater dieses Mal gebannt worden sind. Und das letzte war 65.000 auf einen Schlag. Jetzt rechnen wir mal 65.000 Leute. 65.000 und wir sagen mal, die haben sich alle für 30 Tage das hier geholt. Das sind 1,296 Millionen Euro. Nur die, die gewandt worden sind. Bei einem Schlag. Es sind nicht alle Cheater, es sind nicht alle, die davor schon was gekauft haben, die danach was gekauft haben. Und es, die Preise werden ein bisschen unterschiedlich sein. Selbst, wenn man sagen würde, es sind alles Leute, die nur für drei Tage gecheatet haben. Also, ist ja Quatsch, weil wer cheatet für drei Tage? Leute, die sowas machen, sind geistig bescheuert, da könnt ihr nicht viel machen. Aber sagen wir mal, wir gehen von 65.000 aus und dann mal 4,95. Leute, selbst dann, was niedrig wäre, reden wir von einer Bannwelle, die 320.000 Euro ausgegeben haben, um zu cheaten und ihre kleinen Penisse zu verstecken. Und jetzt muss man bedenken, was kostet ein Skin. Ein Skin im Shop kostet 20 Dollar oder Euro oder wie auch immer man das nennen möchte. Sagen wir mal 65.000 Cheater und immer sorgt ein Cheater dafür, dass ein normaler Spieler frustriert ist und das Game quittet. Wir reden von hunderttausenden Spielern in Warzone und im Multiplayer und sonst was. Was ist das Ergebnis dabei? Für jeden einzelnen Cheater, den Activision nicht bannt, verlieren sie im Schnitt mit einem Spieler, der bereit ist für 20 oder 40 oder 80 oder 100 Dollar Skins, Packages und sonst was zu bezahlen. Ich glaube, das Argument, dass Activision mit Absicht Leute nicht bannt, kann man komplett wegwerfen. Es sei denn, einer von euch hat das Todesargument dafür. Ich bin absolut bereit, mit euch auch in diese Diskussion zu gehen und mir auch weitere Argumente anzuhören. Aber ich glaube, wenn man sich anguckt, wie viel Kohle da drin steckt und wie viel Geld Activision jährlich und die Zahlen kennen wir mit Bundles macht und die Bundles werden von Cheatern nicht gekauft, die werden von fairen Legit-Spielern gekauft, dann ist es, glaube ich, relativ deutlich, dass die es nicht mit Absicht machen, dass wir so eine Cheater-Plage haben, sondern dass sie einfach unfähig sind, dagegen anzugehen. Und wenn man sich das anguckt, das Cycle, habt ihr vielleicht mitbekommen damals von Bungie beziehungsweise von Yaga als Studio. Das Game wurde nach weniger als einem Jahr damals eingestellt, weil die Cheater so hart überhand genommen haben, dass die gesamte Playerbase komplett kollabiert ist und niemand dieses Spiel mehr spielen wollte und nur noch Cheater übrig waren. Activision will das nicht, Game Companies wollen das nicht und mit Cheatern verdient man kein Geld. Es ist einfach so, man verdient damit kein Geld, es schadet nur dem Ruf des Games, dem Ruf der Entwickler, der Publisher, es schadet der Playerbase und wir müssen es ja auch sagen und das ist ja das Hauptproblem, was man oft bei Diskussionen vergisst, welche Leute cheaten in solchen Games denn? Das sind ja komplette Versager. Mir kann ja keiner erzählen, dass das normale Menschen sind, die ein normales Mindset haben, wenn man in einem Game cheatet, in dem es um kein Geld, um nichts geht. Ich könnte es ja verstehen, wenn man in Warzone ganz normal spielt und da um Geld spielen kann. Leute betrügen für Geld und verkaufen ihre tote Oma dafür. Das würde ich ja irgendwie noch als Argument verstehen, aber in einem Free-to-Play-Game zu cheaten, weil man halt einfach scheiße ist, ist beyond my belief, um ehrlich zu sein. Also, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich hoffe, ich konnte alle oder zumindest ein paar davon überzeugen, dass das Argument, Cheater werden mit Absicht nicht gebannt, hirnrissig ist. Wenn ich es nicht konnte, ist meine Mission gefällt. Lasst ein Like da, Leute, lasst ein Abo da, ich bin raus.